Ich bin 36 Jahre alt, in meiner letzten Partnerschaft am Ende hat man sich gar nicht mehr schick gemacht. Man hat dann nur noch Fernsehen geguckt und in den Werbepausen hatte man halt Sex, also wie das halt immer so ist. Vor allem die Werbepausen, die reichen meistens auch aus, dafür traue ich genug.